2. 3. 4. 6. 7. 8. 7. 10. 10. 10. 12. 12. 13. 15. 19. 18. 19. 20. 20. 20. 21. Ah, dann müssen wir mal das Ding abnehmen, sonst. Nein, das kriege ich, komm. Hey, das sind so eine Random Truppe, ey, hier, meine Güte. Warum sind denn noch Golems? Ich mein, den Boss. Und mit welchen fangen wir denn an? Äh, warte ich mal eins. Der Zweipflug verbrennt zu und der andere selbst repariert. Wir sollten den Zweier in Raketen nehmen, hier den Einser. Oh, das heißt, der Zweier hat schon mehr Schaden, dann sollten wir den machen. Ich glaub, da kloppt der Kollege drauf. Wenn du ihn im Kreis stehst, kannst du gar nicht keinen Schaden darauf machen, oder? Ja, geht auf jeden Fall auf Null der Schaden in den Kreisen. Mach generell total wenig Schaden an dem. Also, wenn der, ich glaube, der kriegt nur im Kreis Schaden, kann das sein? Wenn, wenn man selbst da drin steht. Also, ich mach hier Schaden, wenn ich hier im dritten drin stehe. Ich mach so jetzt grad auch an dem. Jetzt grad wieder nicht, wenn der in dem Kreis steht. Ich mach nur an dem anderen. Nee, ich glaub, der hat nen Buff von dem anderen, ne? Der kriegt schon mal so nen lila Buff. Ich glaub dann... Ich rieche niemand von ihr weg. Ich muss mal irgendwie Tina retten, oder was? Ich weiß nicht, ich komm back down. Ich guck mal auf ihn. Jetzt hat er nämlich so nen lila Buff, ne? Ganz nur. Jetzt fahre ich. Warte einfach weg. Wir müssen da wieder einfach kapatnieren. Wir müssen da первin einig einig, einig. Das ist nicht. ich hab's noch nicht wirklich verstanden ich glaube du kannst uns feiern nur angreifen diese lilla waffen ich habe den kriegt er von dem kriegsmeister macht er so ein lila strahl auf den und dann kriegt er den bach und dann hast du glaube ich nur schaden das wird wahrscheinlich doch den ersten zu versuchen den einsatz zuerst machen soll aber du musst immer durchswitchen also du kannst ja immer regelmäßig durch du kannst ja du kannst ja den nehmen der gerade keinen lilla buff hat immer auf den der gerade den buff nicht hat dann kannst du ja die haben ihn immer abwechseln man darf glaube ich nicht in diesen komischen dingern stehen ne die machen schaden ja 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 Das ist doch schon schein-tot jetzt hier. Der eine ist... Gelegt sich wieder auf? Okay, die müssen beide gleichzeitig down gehen. Nein, nicht so eine Scheiße. Ja, da müssen wir halt den Typ 2 ja erstmal runter klatschen jetzt. Oder hat er sich jetzt zu Typ 2 geändert? Nein, nein. Das ist hier wie mit diesen Bossen aus Warhammer. Der Buff switcht immer von links nach rechts und die sind komplett miteinander vertünselt. Auf Wiedersehen. Der eine hat nicht zu viel Schaden, dann müssen wir echt mal nehmen Oh fuck, Reds Ich muss schnell wegziehen, sonst Ich muss mehr auf den... Einser wieder Oh, der Zweier ist schon wieder in der Fritten Oh, lass den Zweier in Ruhe Können wir die irgendwie zusammenziehen, dass man die dann gleich mit AE wegschmettern kann? Schlecht, oder? Wir sollten die langsam zusammen, ne? Nehmt doch mal den Zweier ein bisschen, die sind irgendwie zusammen Wenn wir uns alle zusammenstellen, dann müssen wir... Ja Yes Junge, Junge, wir sind schon nicht schlecht, wa? Ja, das muss man erstmal wissen, ne? Ja Was, was? Was ist das, was?